Die Marching Band Kass ist aus DIPOS, präsentiert uns heute ein gutes Programm. Der zweite Titel ist der Start-up von DIPOS. Der zweite Titel ist der Name von DIPOS, die der Sunfries. Ich glaube, wir haben einen großen Titel für ein Superstar, und wir haben einen großen Titel für den Superstar. DIPOS Der junge Mann hier neben mir, die kennen sich ja einige. Das ist Markus Brettsteier, selbst Mitglied bzw. Ausbilder der Hörper Lüten. Und wie es dazu kommt, dass er heute in der Marching Band Kassel-Sound hier vorne steht, das erzählt er ja am besten selbst. Schönen guten Abend. Hallo. Ich bin letztes Jahr als Ostbilder und auch Osthilds Dirigent in DIPOS tätig gewesen. Ich habe dir heute den Trockner geholfen und auch bei meinen Auftritten habe ich dirigiert. Und die Melanie hier vorne links ist noch arbeitend, die Regiertin. Jetzt ist aber so, dass heute noch heute Morgen einige von den Mitgliedern krank geworden sind, wozu sie arbeiten müssen, sodass die leider, die Leser hier mit einer halben Besetzung da sind. Fast werden wir gar nicht ausgefahren, aber wir haben gesagt, kommt hierher. Auch mit wenig Leuten kann man viel Spaß haben. Wir haben ein anderes Publikum, ich hoffe, dass es stimmt. Wir sind auch nervös, also ich bin auch nervös. Ich habe einfach gesagt, ich dirigiere heute Abend das erste Mal in diesem Jahr den DIPOS, damit die Melanie jetzt weg kann. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Spaß haben. Wenn Sie gefällt, bitte klatschen. Und wenn Sie bitte, ja, genau. Vielen Dank. Danke, danke. Vielen Dank. 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 Applaus 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018